Moin Leute zu dieser neuen Folge Elabach EP Ich dachte mir, sammle ich heute mal Steine Wir haben ja schon so ein paar Flächen gesät Ist jetzt noch wichtig, dass wir hier noch Steine sammeln Dass wir wenigstens so ein bisschen Steine gesammelt haben Damit warum es sind, sind es damit die Maschinen nicht so ein Verschleifern und so was Weil wenn, ähm, man die ja, äh, da hat das gerade nicht mitgenommen Ähm, weil die haben ja, ach, könnte die gleiche Maschinen mit der Scheibe getroffen Ähm, dann, äh, kommt nicht ein Stein in ein Schneidwerk und so was Das ist halt echt ziemlich ärgerlich, wenn das da reinkommt Deswegen, ja Denn manchmal geht es ja halt auch noch Ah, jetzt habe ich ihn schon wieder nicht mitgenommen Ähm, ja, äh, das war dann jetzt wahrscheinlich die Samstagsfolge Ähm, mal gucken, ob ich noch ein Video mache, wo ich hier nochmal schon, äh, hier drüber schreibe Äh, weil das jetzt schon wieder der Boden ist, äh, der Boden ist jetzt schon wieder ein bisschen, ähm, ja Wie soll ich sagen? Ja So schön voll Ähm, hier habe ich auch mal wieder ein 7810 genommen, weil Der wird eigentlich fast gar nicht gefahren Also, der, 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 den Der, der den 6810 das letzte Mal gefahren hat, war halt auch einfach Nils Weil ich bin den schon so lange nicht mehr gefahren Und muss halt auch so einen alten Schuberträger auch mal fahren Und dann wird er da dritt hier, ja gut So Dann machen wir das jetzt schnell Ich würde sagen, das gibt dann jetzt ne Timelapse nur noch Jetzt Wir sind An B ダ Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.